Ich bin nicht so gut im Reimen, aber das ist natürlich auch nur eine Nebensache. Denn heute müssen wir natürlich wieder was regeln, was natürlich die meisten Leute sich jetzt schon in der letzten Folge gefragt haben, denn, ja, wir haben nämlich in der letzten Folge sozusagen diesen wunderschönen Bereich hier sozusagen ausgebaut, ja, wo wir jetzt sozusagen die Steine hier auf den Boden draufgelegt haben, ja, weil die meisten Leute haben natürlich auch schon in den Kommentaren so geschrieben, uh, oh, man, ist gar nicht mal so schlecht, was du da gebaut hast, ich muss schon sagen, das zeigt echt von guten Baukünsten und ich weiß, ja, okay, gut, das hat niemand in die Kommentare geschrieben, aber das hätte so aussehen können, ja, weil mir persönlich gefällt das hier eigentlich, ja, theoretischerweise könnt ihr mir ja jetzt in die Kommentare, Schreiben, wie ihr das findet, da ich, dass ich hier irgendwie Steine auf den Boden gebaut habe, weil das sieht jetzt nämlich so aus wie so eine Crafting-Ecke, so eine kleine, ja, das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal unseren Mixed-Block sozusagen ab und bauen das hier in unsere neue Kiste sozusagen rein, die hier sozusagen die ganze Zeit steht, aber, ja, wo sich natürlich jetzt die ganzen Leute jetzt auch wieder gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich mit unserem Baum los, der da unten ist, weil wir haben hier in der letzten Folge sozusagen zwei besondere Dinge sozusagen gemischt und zwar haben wir rotes Glas mit nämlich Iron-Bars gemischt und ich frage mich, wie dieser Block aussehen wird, er sieht ja schon mal auf dem Bild echt vielversprechend aus, muss schon sagen, sogar ganz gut und ich würde sehr gerne mal sehen, wie der sozusagen an unserem Baum aussieht, aber, ja, bevor wir den da hinklatschen, müssen wir natürlich nochmal zwei andere Blöcke aussuchen, die wir da irgendwie hinplatzieren können, weil wir haben ja sozusagen jetzt unser Magic Wood, ja, weil wir haben da ja noch ein bisschen was übrig und das könnten wir theoretischerweise mit den Magic Leaves einfach mal sozusagen vermischen, ja, und dann hätten wir theoretischerweise einen wunderschönen neuen Mixed-Block, den wir noch nie gesehen haben, weil die Items haben wir ja sozusagen von der guten alten Nina und woher Nina die hat, weiß ich bis heute immer noch nicht, weil Nina ist irgendwie so eine Hexe und Hexen haben immer super komische Items, genauso wie den Besen oder sowas, na, das verstehe ich halt eben nicht, woher soll ich bitteschön einen Besen herbekommen oder vielleicht kann man den ja sozusagen mit Stöcken oder sowas craften, naja, theoretischerweise kenne ich das ja eigentlich nur aus Harry Potter, weil in Harry Potter kriegt man sein Besen einfach per Eulenpost irgendwie geschickt, und das war's dann irgendwie, aber bei uns funktioniert das irgendwie nicht, oder vielleicht theoretischerweise doch, aber, natürlich platzieren wir jetzt erstmal hier unseren wunderschönen Block hin und schauen erstmal, wie wir das hinbekommen, ich würde mal sagen, wir platzieren den jetzt einfach mal hier hin, können mal schauen, wie der aussieht, und ich muss schon sagen, der sieht gar nicht mal so schlecht aus, der ist echt gut geglückt, ne, wir haben hier die Iron Bar, dann haben wir hier sozusagen das Glas, und ich muss schon sagen, hey, das sieht voll okay aus, das sieht richtig gut aus, ja, also ich muss schon sagen, der gefällt mir hier ganz gut, und ich glaube, wenn wir den Baum fertig haben, wird der Baum ganz cool aussehen, klar, er sieht ein bisschen dreckig aus, weil wir hier die ganze Zeit überall braune Flecken haben und so, aber letztendlich ist er trotzdem ein kunterbunter Baum, und es ist dann vollkommen gemischt, aber, ja, bevor wir jetzt natürlich wieder zu viel plappern und zu viel labern, haben sich hier natürlich wieder viele Leute eine ganz besondere Frage gestellt, ja, und zwar fragen mich die Leute, hm, Roman, sag mal, du bist ja eigentlich ganz gut im Aufnehmen, du kannst ja eigentlich ganz schön viel reden, aber wie sieht das eigentlich bei dir mit Telefonieren aus, ja, denn ich habe ganz schön viel mitbekommen, dass viele Leute sozusagen Probleme haben mit dem Telefonieren, ja, und ich muss sagen, ich gehöre da tatsächlich auch dazu, ja, ich bin nicht so die Person, die sozusagen gerne mit anderen telefoniert, da, ihr müsst euch halt eben vorstellen, ihr nehmt halt eben das Telefon, und dann bekommt man irgendwie immer Panik, weil ich persönlich bekomme immer Panik, auch wenn es irgendwie lustig klingt oder so, aber ich kann keinen Termin beim Friseur machen, ja, das geht bei mir nicht, weil immer wenn ich nämlich, nämlich diesen Hörer annehme, dann bekomme ich immer voll den Dings, voll die, nicht die eigentlich Aggression, sondern ich bekomme irgendwie so dieses Gefühl, irgendwie so, oh ja, Roman, aber was ist, wenn du das jetzt nicht hinbekommst mit dem Termin oder so, und dann ruft man schon an, und dann macht dieses, äh, Dings, äh, dieses Telefon schon die ganze Zeit so, piep, piep, und dann kriegt man voll die Panik, und dann weiß man nicht mehr, was man sagen soll, und dann kommt man nur noch in Panik raus, und dann ist das irgendwie so mega komisch, ja, ihr versteht, was ich meine, so, ähm, ich war, ich war, übrigens, ich habe nämlich hier gerade eben diesen Baum hier abgebaut, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie wir den jetzt, äh, anders platzieren sollen, weil ich muss schon sagen, dieses mit den Leitern, das gefällt mir nicht so ganz, ja, weil ich, äh, hab mir das irgendwie ein bisschen anders davorgestellt, dass es mit den Leitern irgendwie hübscher ist, weil dieses, äh, durchseitlich reingehen und so hat mir irgendwie davor nicht gefallen, und ich wollte das halt eben hier ein bisschen umändern, vielleicht können wir das ja so machen, dass wir jetzt irgendwie die Leiter so hier haben, ne, und dann können wir theoretischerweise hier sozusagen das Holz hier hinnehmen, und dann theoretischerweise so machen, aber, jetzt zurück zu diesem Thema, ich persönlich habe halt eben auch meine Probleme beim Telefonieren, ja, ich, ich hasse Telefonieren, weil da muss man nämlich immer irgendwie mit jemandem reden, der irgendwie, den man nicht kennt, ja, meistens, wenn man zu Friseur oder sowas anruft, ist das dann auch mal ganz besonders schlimm, ja, weil da redet man dann nämlich mit irgendeinem Friseur, den man halt eben nicht kennt, und dann irgendwie, kriegt man da Panik, wenn ihr versteht, was ich meine, das hat bestimmt, das bin, da bin ich bestimmt nicht alleine, ja, außerdem hatte ich noch ein ganz kleines Thema, was ich ansprechen wollte, was ich mega oft gelesen habe, ist sowas wie, mhm, Roman, sag mal, möchtest du nicht einfach mal ein Community-Projekt machen, weil ich möchte nämlich bei Kuntermund mitspielen, lad mich doch einfach ein, und da habe ich ein sehr gutes Beispiel für euch mitgebracht, ja, stellt euch mal vor, ich baue jetzt hier diese guten zwei Blöcke hin, diese hier, ne, so, diese zwei Blöcke, und diesen Block nennen wir jetzt Max, ja, stellt euch jetzt einfach mal vor, dass wir jetzt niemanden, äh, Dings irgendwie ansprechen, der Max heißt oder so, das ist nur ein Beispiel, ja, wir stellen uns vor, das ist Max, okay, das ist irgendwie so ein Spieler von, das ist einfach ein Zuschauer, der hat ein richtig schlechtes Mikrofon, hat noch nie YouTube gemacht, außer sie halt eben anzugucken, diese YouTube-Videos, geht ganz normal zur Schule, und ist dann auf einmal bei Kuntermund dabei, ja, einfach so ein Typ, den ihr nicht kennt, den ihr noch nie gesehen habt, der noch nie YouTube gemacht hat, ja, das ist doch irgendwie nicht so cool, oder nicht, wenn ich einfach irgendeinen Zuschauer irgendein Projekt mitnehmen würde, den niemand kennt, der noch nie YouTube gemacht hat, und der noch nicht mal so viel Ahnung hat von dem Projekt, versteht ihr das? Das geht nicht so richtig, ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt, das ist so ähnlich, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr jetzt sozusagen sagt, ja, hey, Dieter Bohlen, kannst du mich vielleicht in die Jury mitnehmen, ja, weil ich möchte unbedingt in die Jury reinkommen, weil ich nämlich, äh, ich möchte das einfach, weil ich dein Fan bin, Dieter Bohlen, ja, und das ist natürlich auch so eine Sache, das geht einfach manchmal nicht, ja, deswegen tun mir auch die ganzen Leute leid, die sagen, hey, Roman, ich möchte bei dir im Projekt mitmachen, weil ich dein Projekt super cool finde, oder so, aber letztendlich kann ja jeder sein eigenes Projekt so ein bisschen machen, oder nicht, weil es gibt dann nämlich sozusagen so im Prinzip, man kann ja eigentlich immer alles auf YouTube selber machen, das heißt, man kann irgendwie alles machen, was man will, es kann jeder machen, was er will, auf YouTube, und das ist auch super cool so, ja, und das ist auch richtig so, ah, wir haben ja hier mal einen TNT-Block versteckt, stimmt, den müssen wir jetzt auch mal wieder, äh, nee, wobei, das war der TNT-Block, der sich als Blume getarnt hat, der war cool, übrigens, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, den wollte ich nämlich abbauen, und dann diese Lavalampe hier auch nochmal abbauen, denn hier möchte ich nämlich was ganz Besonderes hinbauen, wo natürlich schon mehrere Leute darauf gewartet haben, genauso wie ich, ja, weil ich möchte nämlich hier, 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 und hier, dann möchte ich, warte mal, wie wollte ich das nochmal machen, dann wollte ich nochmal, warte, so wollte ich machen, eins, zwei, drei, ich zeige euch nämlich gleich, was ich meine, denn ich möchte jetzt nämlich nochmal hier, warte, ich hab das gleich, so, hier, dann wollte ich hier sozusagen machen, das wird richtig gut aussehen, passt auf, Leute, das heißt, wir nehmen das hier, ne, dann machen wir hier sozusagen dieses ganze Holz weg, was da die ganze Zeit war, und wisst ihr, was jetzt hier in die Ecke, äh, diese Dings, in diese Mitte reinmachen, da packen wir jetzt sozusagen diesen Briefkasten rein, easy, das heißt, wir haben jetzt hier unseren Briefkasten, das sieht dann irgendwie ein bisschen cooler aus, ja, wir können dann theoretischerweise auch hier sozusagen unsere Steine mal hier mitnehmen, warte mal, easy, so, diese Steine da so mitnehmen, und dann easy hier so einen Stein hin platzieren, und dann können wir irgendwie theoretischerweise mal irgendwann das ganze Ding hier so verbinden, theoretischerweise könnten wir da auch, warte mal, hier nochmal kurz zu unserer Kiste greifen, ein paar Fences nehmen, dann die Fences gegen das hier austauschen, und dann könnten wir irgendwie, ne, das sieht irgendwie nicht so cool aus, wenn wir das machen, aber ihr versteht, was ich meine, ne, wir könnten theoretischerweise hier so eine Halterung oder sowas hinbauen, ne, so irgendwie, und dann machen wir da so, so, und dann hier, so dran, und dann ist das wie so eine kleine Halterung, versteht ihr, was ich meine, dann haben wir hier nämlich sozusagen einen Briefkastenhalter, der sozusagen unseren Briefkasten hält, der unsere Briefe halt auch ein bisschen besser empfängt, ja, ich würde sogar sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne, kann man, glaube ich, so stehen lassen, wenn wir das hier so ein bisschen hübscher machen, haben wir jetzt auch endlich mal einen hübschen Briefkasten, ja, da kann man natürlich auch gerne mal klatschen, so, jedenfalls, äh, warte mal, ich platziere das hier nochmal kurz hin, und dann müssen wir nochmal kurz lesen, denn, ähm, die meisten Leute haben sich natürlich jetzt wieder beschwert, hm, Roman, du hast ja vor lange nicht mehr den Briefkasten gesehen, und das stimmt eigentlich, weil wir hatten nämlich in letzter Zeit echt viel zu tun, und wir haben da gar nicht mal so viel gelesen, aber daher, dass wir jetzt gestern, beziehungsweise in der letzten Folge halt eben ganz schön viel gemacht haben, müssen wir natürlich mal wieder in diesen komischen Briefkasten reinschauen, Mal gucken, was dort so abgeht, riesen, äh, riesiger Hunger? Von Nina, vor 36 Minuten, ne, Roman, ich fass es nicht, du hast es wirklich geschafft, ein Hexenhaus aus so wenig Blötten zu bauen? Du bist echt super, ich hab mir das Hexenhaus schon angesehen, und bin schon fast fertig mit dem Tauscher, mit dem Tauscher? Komm vorbei und bring deine Wolfsklaue mit, und übrigens, könntest du mir zwei Cheeseburger mitnehmen? Ich habe riesigen Hunger. Hä? Lol, okay, da steht jetzt nichts weiter drin. Lol, sie hat riesigen Hunger, und ich soll meine Wolfsklaue mitnehmen? Okay, die Wolfsklaue habe ich, aber ich habe keinen Cheeseburger. Warte mal, wie haben wir denn diese Cheeseburger damals gekauft? Warte mal, dafür haben wir doch Karotten oder beziehungsweise so Gurken benötigt, ne? Warte mal, wo haben wir nochmal Gurken drin liegen? Natürlich in der Gurkenkiste, die gute alte Gurkenkiste, da dürften wir, glaube ich, nochmal ganz genug Gurken haben, ja? Weil viele Leute schreiben nämlich meistens in die Kommentare, mh, Roman, du brauchst ja gar nicht so viele Gurken, aber ihr seht ja, Gurken sind super wichtig, um halt eben bei McNurber und McNorberts einzukaufen. Außerdem habe ich schon lange nicht mehr mit Francis geredet, ja? Und Francis ist eigentlich auch jemand, mit dem ich sehr gerne rede, weil der hat nämlich diesen komischen Sprachstyle, ich glaube, der kommt irgendwie aus England oder aus Amerika oder sowas in der Art, ja? Ist irgendwie so ein Burgerspezialist oder irgendwie sowas in der Art, ne? Und wir haben ja eigentlich schon gar nicht mehr so lange mit dem geredet, und ich hätte ja eigentlich theoretischerweise auch mal wieder Bock auf einen Burger, weil wir haben sogar eine halbe Hungerkeule, ne, als Hunger, das heißt, wir können uns ja auch gleich einen Burger mitkaufen, ne? Ich habe jetzt 32 Gurken mitgenommen, ich glaube, das dürfte jetzt kein Erdbeerburger werden, so wie Erdbeerbärchen ihn hat, aber theoretischerweise können wir uns, glaube ich, auch einen Cheeseburger gönnen, warte mal. Aber ich bin mir da halt eben jetzt nicht ganz sicher, warte mal, äh, warte mal, was hat Nina da jetzt nochmal gesagt? Hat sie jetzt einfach gesagt, irgendwie so ein Dings, so ein Cheeseburger normal oder so einen laktosefreien Cheeseburger? Ich weiß gar nicht, warte mal, es gibt Leute, die sind dann Laktoseintoleranz oder sowas in der Art, und auf einem Cheeseburger ist doch Käse drauf. Warte mal, müssen wir da nicht irgendwie aufpassen, dass der irgendwie Laktoseintoleranz ist oder sowas in der Art? Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich da, so Bestellungen für andere Leute mitnehme, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Wisst ihr was, wir gehen da einfach mal auf Nummer sicher und nehmen da ein Laktoseintoleranz-Burger. Ähm, ähm, hi Francis, wie geht's dir so? What up, dude? Welcome to the best Burger-Laden ever here at McNorberts, dude. Do you have a Bestellung, dude? Äh, äh, habt ihr hier laktosefreie Cheeseburger, Francis? Klaro, du, der Cheese-Käse vom Cheeseburger ist ohne Fett, ohne Laktose-Cheese am Haben-Been. Für dich, dude, packe ich extra Käse noch hinzu, buddy. Gönn dir dein Cheesy-Dude. Okay, danke, Francis. Du hast einen sehr interessanten Sprasser, ich sag ja, der kommt irgendwie aus England oder sowas in der Art. So, das heißt, ich würde mir mal sagen, also wir holen hier erstmal einen Cheeseburger, dann noch einen Cheeseburger, für mich dann theoretischerweise, ich möchte, glaube ich, den Deluxe-Cheeseburger, ja, weil ich bin da heute ein bisschen, äh, ein bisschen freakiger drauf. Ich glaube, dann gönne ich mir erstmal so einen leckeren, süßen Deluxe-Cheeseburger, ja. Hier, easy-peasy. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt die Cheeseburger und jetzt müssen wir nochmal zur Hexenhütte, weil Nina scheint irgendwie nicht mehr da zu sein. Okay, das heißt, sie hat anscheinend diese Hexenhütte schon gefunden, wir müssen ihr jetzt einfach nur kurz die Cheeseburger mitbringen, aber ich hab halt eben immer noch nicht ganz richtig verstanden, was sie da meint mit diesem ganzen, äh, Wolfsdingster-Boomster oder sowas in der Art, weil wir haben ja jetzt eigentlich nur mit dem helfenden Händchen, was eigentlich ganz gute Arbeit geleistet hat, ja, mit diesem komischen Block da jetzt einfach so ein Haus aufgebaut, ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert, irgendwie die Wände, das Dach, irgendwie ist alles richtig gewesen und es war eigentlich auch super cool und wir haben das eigentlich auch, glaube ich, ganz gut versteckt, weil, ich muss schon sagen, so in diesem Wald und so sieht das eigentlich schon recht gruselig aus, aber, naja, man muss jetzt halt eben gucken, haben wir jetzt die Wolfsklaube mitgenommen? Ja, haben wir und wir haben auch die Cheeseburger mitgenommen. Okay, lol, da ist das Haus, okay. Theoretischerweise dürften wir jetzt Nina dort drin treffen, aber ich weiß halt eben nicht, was sie jetzt genau meint. Lol, was ist das hier eigentlich? Ist das eine Ananas? Nein, das ist eine Kiwi, cool. Lol, das nehmen wir uns auf jeden Fall mit, dann haben wir Kiwis, die wir anbauen können. So, jetzt erstmal weiter zu der guten alten Nina, was bei dir so los ist. Lol, da drinnen ist ja schon was Neues. Hallo? Lol, was hast du hier denn alles aufgebaut? Hi, Nina. Lol, was ist das? Hast du einen Computer seit Neuestem? Wie geht's deiner Nase und deiner Warze? Warte mal. Lol, was ist das denn hier alles? Das sieht alles voll gruselig aus. Und was macht ein Wolfskopf hier? Oh Mann, Nina, du bist echt gruselig. Ähm, hey Roman, hast du meine laktosefreien Cheeseburger mitgebracht? Seht ihr? Ich hab doch gesagt, die braucht laktosefreie... Ja, siehste? Pass auf, das meine ich nämlich. Es gibt nämlich Leute, die sind Laktoseintoleranz, ja? Und da muss man aufpassen, dass man die richtigen Sachen kauft, ja? Und da hab ich natürlich die richtigen Sachen gekauft, weil ich verachte nämlich auf sowas. So, äh, äh, okay, Nina, hast du meine laktosenfreien Cheeseburger mitgebracht? Ja, hier, bitte. Perfekt, danke. Ich hatte wirklich riesen Hunger durch das Ganze aufbauen, das glaub ich dir. Das sieht irgendwie ein bisschen komplizierter hier alles aus. Aber kannst du mir jetzt sagen, was das hier alles soll? Das hier ist der homogenetische Chromosomentauscher. Er kann durch bestimmte Items deine Chromosomen verändern. Warte mal, was meinst du? Wie soll das gehen? Weil Chromosomen sind dir nicht irgendwie angeboren oder sowas in der Art? Pass auf, vor dem Gerät befinden sich zwei Podeste. Von diesen Podesten greift der Chromosomentauscher aus zu. Auf dem rechten Podest habe ich schon einen Wolfskopf, den ich mir von Bina geliehen habe, hinplatziert. Nun musst du noch eine Wolfsklaue links hinplatzieren und der Tauscher ist schon fast betriebsbereit. Warte mal, warte mal, was meinst du mit fast betriebsbereit? Ich dachte, der ist dann betriebsbereit. Ähm, mit fast meine ich die Stromzufuhr für die Maschine. Die Maschine muss durch einen Zauberlokus angetrieben werden. Ich habe nur noch einen einzigen in der Kiste hinter dir liegen. Den Lokus muss man vor dem Betreten des Tauschers zwischen zwei Goldpfählen hinplatzieren. Dann hat er genug Strom. Deine Aufgabe ist, nachdem du den Lokus hinplatziert hast, mindestens 10 Sekunden im Tauscher stehen zu bleiben. Erst dann werden deine Chromosomen erfolgreich ausgetauscht. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt irgendwie so machen. Also da, mit dem Computer müssen wir nichts machen, okay? Das heißt, das habe ich alles richtig verstanden. Okay, das heißt, wir haben hier diesen Wolfskopf. Das heißt, wir nehmen jetzt sozusagen unsere Wolfsklaue und platzieren die jetzt da hin. Okay, das sieht richtig aus. Das leuchtet jetzt. Und dann hast du gesagt, ich soll jetzt hinter die Kiste gucken. Und das hier ist ein Auralokus? Alter, warte mal, wie krass sieht das denn aus? Und dann, warte mal, warte mal. Und wo soll ich das jetzt hinplanen? Was ist das für ein Ding? Alter, seht ihr das gerade, wie ich das in der Hand halte? Oh, oh, das sieht irgendwie ein bisschen stromenergisch aus. Soll ich das dann eigentlich wieder abbauen, wenn ich fertig bin? Oh Mann, okay. Das heißt, inzwischen den zwei Goldfälen muss ich den jetzt da hin platzieren. Und dann auf die Pressureplate drauf. Alter, warte, ich muss schon sagen, das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Werde ich dann sofort zum Wolf? Oder wie funktioniert das? Okay, ähm, okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Wir bleiben stark. Wir kriegen das hin. So, erstmal das Ding da hin platzieren. Okay, das sieht ja eigentlich schon mal sehr vielversprechend aus. Okay, und das heißt, ich muss jetzt einfach da reingehen. Und dann tausche ich meine Chromosomen mit einem Wolf oder so. Weißt du, was? Okay, pass auf. Weißt du was? Ich vertraue dir jetzt einfach, Nina. Und wir gehen da jetzt einfach rein. Okay. Eins, zwei, drei. Für zehn Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich bin fertig. Alter, Alter. Wow, Alter. Irgendwie schwört mir ein bisschen. Und mir ist irgendwie ein bisschen schlecht. Warte mal. Uh, Alter, das ist irgendwie nicht so gut. Gut, Nina, es ist mir irgendwie nicht so gut nach deinem Chromosomen Austausch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, was ist das? Kann ich, dann muss ich das jetzt wieder abbauen, weil das sonst zu viel Strom oder sowas macht? Ich glaube schon, oder? Okay, weg damit, weg damit, weg damit. Okay, 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 okay. Huh, okay. Das scheint ja gefunktioniert zu haben. Äh, Nina, hat es funktioniert? Warte mal. Okay, fertig. Äh, perfekt. Es hat geklappt. Deine Chromosomen dürften jetzt binnen einem Tag komplett verändert und es dürfte sich etwas ändern. Dann schaue zu, dass du in den nächsten Tagen aufpasst. Es könnten komische Dinge passieren. Was meinst du mit komischen Dingen, Nina? Ich hab grad eben meine Chromosome ausgetauscht gegen irgendeinen Wolf oder sowas in der Art. Willst du mir jetzt eigentlich sagen, warte mal, wie sehen wir aus? Es ist alles in Ordnung, oder? Natürlich. Also, ich muss schon sagen, also das Einzige, was ich jetzt grad eben gesehen habe, ist, äh, als wir da drinne waren, dass irgendwie diese Dinger da waren und dann hab ich nur noch Feuerwerke gehört und dann, äh, okay, pass auf. Äh, äh, okay. Das heißt, wir sind jetzt einfach ganz frisch hier drin, ne? Das heißt, wir waren grad in einem Hexenhaus und es geht uns vollkommen in Ordnung. Sie hat gesagt, in einem Tag dürfte irgendwas Komisches passieren. Ich mag komische Dinge nicht. Oh, Mann. Was jetzt aber in den nächsten Tagen passieren wird, ist jetzt nochmal ganz frei und wir müssen da später nochmal schauen, wie das funktioniert. Vergesst aber nicht, dem Video natürlich einen netten Daumen nach oben da zu lassen und natürlich nicht vergessen, den YouTube-Account zu abonnieren. Das ist aber, was macht man nämlich bei YouTubern. Und ansonsten sieht man sich natürlich wieder in der nächsten Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, hau da rein, Leute. Ciao! Ciao!